Hey so und kunditsch, aber hier ist hier euer Kerlo, zurück mit Dragon Ball Xenoverse und wir sind im Körper von Ginyu, besiege 20 Gegner, Spieler TP verbraucht, Gefährt TP verbraucht, das ist einer der geilsten Kampflieder im Spiel, finde ich. Wait, what? Why are you here? Hold on, what happened with Goku? Krillin, wait, he's, he's different. Huh? What are you talking about, Gohan? He's different, he's the guy we were fighting earlier. Huh? What's going on? Das die so viel, hallo, schimpfst du mal, dass die gegen Ginyu's Körper so viel ausrichten können, ähm. Ja, ist in Ordnung. Das klappe ich doch kaputt. Da kenne ich nix. Boah, hier ist es so eng, ey. Oh, hey. Oh, hallo. Ähm, hier ist auch grad... Ne, das war der Schatten, okay. Und noch einmal. Und weiter drauf. Und nachsetzen. Nein, ist gut. Nicht schmeißen, schmeißen ist nicht cool. Cool? Nein, äh, cool. Ach, egal. Wo ist eigentlich Apul hin, wenn man ihn mal braucht? Na klar, dass dieser Angriff... Ach, da oben war Apul, okay. Na klar, dass der Angriff gerade nicht trifft. Ja, jetzt war in Ordnung. Das war wieder total falsch. Was ist hier? Ja, das war's. Ja, das war's. Oh, nein. Der andere ist... Ich bin jetzt... Du bist nicht der Kapitän! Ich habe einen Körper geändert! Verdammt! Razzmari, du schaust ihn! Ja, Sir! Hey, Gudo! Razzmari! Aber wir müssen die Dragon Balls erstens sammeln! Razzmari, lass uns das zuerst! Ja, komm! Geh weg da! Noch einer hinüber! Boah! Ich wollte gerade schon fragen, wo ist der Nächste? Ich wollte gerade schon fragen, wo ist der Nächste? Aber nicht wirklich viele! Und zack! Immer wieder drauf! Ich mag die Steuerung von Gemi überhaupt nicht! Er fühlt sich so komisch an! Es haben sogar ein paar getroffen! Finde ich sehr schön! Kehr und elf... Kommen wir irgendwo drauf fahren! Finde ich einfach etwas lassen! Mit den Stáisken? Sag ich die Pillenbetaônik, wenn sie diesen Testern nehmen! Und du centralst... heilt nur mich und nicht die anderen. Die heilen nur die anderen Gefährten in den Parallelquests, aber nicht im Story-Modus. Was machen die Beidler gerade, dass sie sich so verprügeln lassen, ey? Wo ist er, wo ist er? Na, nicht du! Okay, meinetwegen doch, du. Würdest du langsam mal bitte sterben? Ich will denen da mal kurz helfen. Da seht ihr, ich hab Ruckmenergie eingesetzt und es hat nichts gebracht. Scheiße! Weil die sich haben verprügeln lassen, ey. Wenn ich den ganzen Kampf wiederholen muss, dann schneide ich das, bis ich wieder an der Stelle bin. Oh ja, gut. Wir sehen uns dann nach einem Cut wieder. Oh, da bin ich auch wieder. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einem großen Raum. Ich hab also Zuversicht, dass es... Na Gott, wir waren in einem großen Raum. Vergesst das. Auf jeden Fall haben die Beiden etwas mehr HP als vorher. Obwohl Guldo ein bisschen arschiger war als vorher. Wo? Da. Ist doch. Kamera. Die ist alles so eng und die Kameraführung ist hier so... Okay, es sieht nicht mehr so gut aus wie gerade. Krillin lässt sich wieder verprügeln. Dreh dich doch zum Gegner hin. Okay. Wie auch immer das jetzt passiert ist. Dass die Attacke doch noch getroffen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die Attribute, die ich meinen normalen Charakter nach dem Level abgebe, auch für Gineo zählen. Also für den Körpertausch-Gineo-Charakter. Wie auch immer. Ich kann jetzt nicht so viel erzählen. Ich konzentriere mich gerade mal wieder etwas. Ja, Attacke hat er gerade abgewehrt. Das war nicht so cool. Gorn ist schon wieder fast down. Oh nein. Gohan ist schon wieder down. Das war euer Keanu mit Dragon Ball Z-Zenoverse. Und wir sehen uns wieder, sobald ich diesen Kampf nahezu beendet habe. Bis dann. Und ciao.